Ich gehe ja gerne shoppen. Heute habe ich gekauft zum Beispiel für 3,99 Euro 250 Gramm Bio-Kokosblütenzucker aus Indonesien und 250 Gramm, nur mal ein Beispiel von vielen, von Niederland Kakao. Ja, diese Firma hat eine Kakaobohnenplantage in Holland und verlangt für 250 Gramm, ich habe nämlich jetzt gerade geschaut, es waren glaube ich 4 oder 5 Sorten Kakao im Regal gestanden beim Edeka, 1,79 Euro. Wenn ich Benzdorp oder wie das andere geheißen hat, gekauft hätte, wäre der Kakao aus Norderstedt glaube ich gekommen, das ist in Norddeutschland, die haben also auch eine Kakaobohnenplantage, muss ich direkt einmal hinfahren, 125 Gramm, 1,79 Euro, also für die Hälfte von diesem Kakao kriegst du in Norderstedt, also praktisch die Hälfte. Und dann haben sie den Sarotimoor noch im Regal stehen, der Sarotimoor verlangt für 125 Gramm auch 1,79 Euro und dann haben wir noch einen anderen gehabt, da weiß ich jetzt die Marke nicht mehr, was war jetzt das, irgendeine dunklere Packung, 1,99 Euro für 125 Gramm. Also ungeschlagen ist dieser Kakao der billigste, du kriegst am meisten für das wenigste Geld, interessanterweise ist dieser Kakao ohne Gluten. Ich habe also bei den anderen Packungen drauf geschaut, fragen Sie mich nicht, was da Gluten drin verloren hat in die Kakaobohnen, das ist praktisch Mehl, Weizenmehl. Also ich weiß nicht, ja, es ist echt merkwürdig.